Das ist ein Fahnenstausch. Das ist ein Fahnenstausch. Das ist ein Fahnenstausch. Das ist ein Fahnenstausch. Heute haben wir einen Geiler gesehen. Auf dem Autoweg. Gerade bevor du rauf gehst. Richtung Obersachse. Einer mit seinem Roller. Der Herma Blenker. So einen Roller angelegt. Das ist ein Fahnenstausch. Das sind so Leute, die kennen uns. Egal wie weit was du kannst. Genau so weit. Aber man kann normal miteinander reden. Das ist eben davor zu sein. Die Sonne von der Messe. Wir haben so viele Tops. Wir haben im Eisenring etwa 24 Tops. Wenn wir alles drücken. Auf dem Fenster stellen. Verschalten wir 5 bis 6.000. Locker. Die Summe wird so gewaltig. Dass du auf 300 Meter fährst. Und du weisst was der Platz. 60 bis 300 Meter. Nur der Platz. Aber so Leute. Wir haben uns die Bröner kennengelernt. Die gleichen Fliegs im Kanton. 60 bis 300 Meter. 200.000 Leute. Es ist nicht übertrieben. Es ist wahr. 100 bis 300 Meter. Wenn sie voll aufgetreten ist. Dann kannst du die Musik noch geniessen. Bei jedem Event. Von Ausgaben. Wir haben ein Openair. Wenn der Platz mehr flammes ist. 60 Meter. Das sind so viele Quadratmeter. Bis zu 3 Liter Quadratmeter. Ich verstehe es nicht. Ja, ja. Die Beste sind mit der dunklen kurzen Haare. Schlimm. Es ist schon gut. Die hängen die ganze Zeit am Romer. Ich weiss nicht. Jetzt wo die oder was? Die haben sie sofort gehalten. Mit den Brillen. Schick sie zu mir. Jetzt bin ich an der Zeit. Du kannst die andere Hohen mit der Brust. Beile. Das ist aber ein Problem. Meine Frau und die Frau. Du möchtest das? Das ist schlecht. Das ist ein Schicksal. Ich sehe schon mal, ich bin nicht mehr. Ich bin ein Schicksal. Ich bin ein Schicksal mit der Brühe. Ich bin ein Schicksal. Die tun sie.